Die aktuelle Situation ist meiner Meinung nach ein einziger Testlauf für die Menschheit. Nicht nur für die Menschheit an sich, sondern für jeden einzelnen Menschen. Es ist also ein Test an dich. Getestet wird deine Nervenstärke, deine Krisenkompetenz und deine Lebensfähigkeit. Und um solche lebenswichtigen, Lebensherausforderungen und Situationen zu lösen, zitiere ich den großartigen Bruce Lee mit seiner Dreierregel. Diese Dreierregel besagt, dass du drei Dinge beherrschen musst. Das Erste, die Regeln des Spiels. Und bekommst du keine Regeln geliefert, musst du selbst welche bauen. Dann deinen Einsatz. Wie viel gibst du hinein in das Spiel? Denn das Dritte und Wichtige ist, wann ist dein Ausstieg? Wann sagst du Stopp? Wann steigst du aus? Diese Stoppregel ist existenziell. Wenn beispielsweise Teams einen Berg besteigen, haben sie immer eine Stoppregel. Wenn also das Basslager bis 14 Uhr nicht erreicht wird, wird nicht weiter aufgestiegen. Dann geht man zurück oder bleibt im Basislager. Wann immer man diese Stoppregel nicht berücksichtigt, sterben Menschen. Und damit nicht deine Nerven schon vorher sterben, die drei Regeln. Was sind die Regeln des Spiels? Was ist dein Einsatz? Und wann steigst du aus? Auch eine Rolle. Ich will nicht eher, wie bitte egal, wer sich nicht verbinden. Das ist kein Zehn. Wie geht es dir. Und wenn alles klar, wie gel We Trib parental hier贈?!" Vielen Dank.